Ach so, so Balou hat ein Clip hier gelingt. Ich wusste, Papa Platte, der liebe Kevin, wird niemals in seinem Leben WoW spielen. Aber ich war mir sicher, wenn der mal WoW spielt, sagt er... Er sagt ja sowas wie, dann melde ich mich bei ihm oder so. Schwier auf meine WoW spielt, sagt er mir Bescheid. Schwier auf meine Mutter. Ich weiß nicht warum, aber kennt ihr so ein Gefühl im Bauch habt? Bro, ich dachte mir einmal im Leben, wenn der WoW spielt, schreibt er mir bei Twitter oder so und sagt so, Bro, hast du Bock mit rein zu joinen? Hat er nicht. Ey, sorry, Bro, ich stream nur mit Leuten, die über 3000 Viewer haben, mit Taschi. Ey, ich hab vorhin mit Taschi streamen geguckt bei ICC, Junge, ganz übeles Ding. Da kam Nostalgie auf. Ich saß vor dem Rechner, hab fast geweint. Ich bin ganz offen, ich saß vor dem Rechner, ich hab fast geweint. Ich wusste... Wie er macht. Digga, ihm war es scheißegal. Oh, er ist schon offline. Niemand hat er geweint, Bro, never, never. Ich weiß nicht genau, vielleicht... Ah, Mann, ich weiß nicht, ich kann das nicht so sagen, einfach so, aber vielleicht... Vielleicht... Vielleicht sollten wir noch mal World of Warcraft Challenge tryen, aber mit ihm zusammen. Das Ding ist aber, wenn ich es mit ihm zusammen mache, dann wird die länger gehen, Bro, you know? Dann ist das so drei, vier Tage Ding. Aber wäre eigentlich funny, wenn wir zu zweit einen Charakter hochziehen. es geht in die horizon. Hier ist es Pfecha, nd und